Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Battlefield 1 Zwischenfolge. Ich habe die letzten Tage in meiner Freizeit ein bisschen Multiplayer gespielt. Ein bisschen viel Multiplayer gespielt, würde ich fast sagen. Und ich habe einige Battle Packs gesammelt. Und ich würde sagen, die öffnen wir jetzt hier mal gemeinsam. Ich habe noch keins aufgemacht. Es sind hier, glaube ich, drin. Ich bin jetzt nicht so scharf, glaube ich, auf Skins. Aber mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist irgendwas dabei, wo ich sage, what? Aber wahrscheinlich nicht. Los geht's. Okay, öffnen wir mal eins. Ah, hier sehen wir schon mögliche Bonis. Ja, ein paar Skins halt. Okay, los geht's. Und jetzt? Oh, schön. Ein russisches 1895 Infanterie. Königlicher Befehl. Spezial! Verschrotten für 30 Klimperklimper. Ah, und für Klimperklimper kann man neue Battle Packs kaufen, habe ich gesehen. Also, Klimperklimper nenne ich diese Währung. Ich glaube, das sind... Ah, Schrottobjekte. Da oben steht's. Ähm, Inventar hinzufügen, schätze ich mal. Weil ich habe es noch nicht. Also. Und dann das nächste. Los geht's. Uh, der ist schon cool. C-96 Veteranensoldat. Spezial! Sehr schön. Den behalten wir uns. Sehe ich da... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Sehe ich hier in der Leiste, was ich schon habe und was nicht? Nee. Da unten... Ich habe quasi... Hier den Veteranensoldat. Und was war das russische Dingsbums? Finde ich nicht. Wo steht's denn? Ich werde wahnsinnig. Ich bin bestimmt schon viermal drüber gescrollt, oder? Ist ja auch wurscht. Machen wir das nächste auf. Haben wir noch. Wir haben noch zehn Stück. Beim Öffnen ist ein Fehler aufgetreten, aber trotzdem wurde das eine verbraucht. Das ist ein bisschen eine Unverschämtheit. Die haben mir ein Battlepack geklaut. Mh. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Kann ich mich gleich beschweren. Ich werde mich nicht wirklich beschweren. Oh, das sieht ja cool aus. Das ist herausragend. Ich glaube, das ist was Selteneres, oder? Ein MG15NA leicht. Bapaume. Ich könnte es für 90 Schrott verschrotten. Ich füge es natürlich dem Inventar hinzu. Aber ich glaube, das ist wirklich irgendwas Selteneres. Also zumindest... Ah, da haben wir es im blauen Bereich. Okay, weiter geht's. Öffnen. Ich hoffe, es zeigt... Ach, Mann. Ohne Witz jetzt. Das klaut mir so viele Battlepacks hier. Weil beim Öffnen Fehler auftreten. Das finde ich echt nicht gut. Eine kleine Lady Pistol. Modell 1915. Die Aditi. Legendär. Uh, sagt bloß, die ist irgendwie super selten. Ich könnte die für 270. Oh, und ein Puzzleteil. Okay. Ich gehe mal ins Puzzle-Menü. Ah ja, guck. Hier haben wir einen von fünf Teilen. Dann kriege ich diesen legendären Knüppel. Na ja, und schon bin ich gehuckt. Ich mache noch Witze darüber, wie wurscht mir das ist. Und schon hat es mich erwischt. Naja, es hält sich in Grenzen, aber es ist schon cool. Und... Ein... Uh, die ist ja auch schön. Bar M1980 Teleskop. Schlacht Ross. Cool. Die gefällt mir. Nächstes Battlepack. Cool. Und... Ah, auch nicht schlecht. Hattebrück. MP18 Werk. Cool. Ich hoffe wirklich, dass mir das anzeigt, wenn ich was doppelt habe. Weil ich kann mir das bestimmt nicht merken. Vielleicht bei ein paar Sachen oder so. Weil die doppelten würde ich selbstverständlich verschwarten. Hier jetzt zum Beispiel. Haben wir die schon? Ich glaube nicht, oder? Modelo 1915 Dias. Wow, noch ein Puzzleteil. Yes. Da waren es nur noch drei. Und ich habe noch drei Battlepacks. Wer weiß, ob ich noch die drei Puzzleteile kriege. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber die haben wir wirklich schon, oder? Ich spinne nicht, oder? Die haben wir schon. Aditi. Ich glaube schon. Die verschrotte ich jetzt nämlich mal. Oh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Aber ich glaube, die habe ich doppelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt Schrott erhalten. Okay. Moment mal. Ich habe jetzt doppelt so viel Schrott erhalten. Wahrscheinlich wäre da wieder ein Puzzleteil drin gewesen. Und ich habe es mit verschrottet. Oder habe ich jetzt beide verschrottet? Ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt sehr viel Schrott bekommen. Doppelt so viel, wie eigentlich ich hätte bekommen sollen. Das beunruhigt mich ein bisschen. Naja. Ich hätte nämlich schon gern das Ding behalten. Weil ich glaube, das ist selten. Und seltene Sachen sind immer gut. Andererseits, wie selten kann es sein, wenn ich gleich zwei davon kriege. Nach einem Wochenende Battlefield spielen. Okay. Inventar hinzufügen. Jetzt habe ich keine Battle Packs mehr. Aber ich habe 540 Schrott. Dafür... Oh, jetzt passt mal auf. Ich verstehe. Äh, hier gibt es nämlich auch andere. Oder? Jetzt verstehe ich es nicht. Ach so. Hier kriegt man nur blaue oder legendäre. Quasi keine weißen. Und da unten kriegt man nur legendäre. Ich verstehe. Plus, es besteht eine noch höhere Chance auf ein zusätzliches Bonus-Objekt. Naja, dann... Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich kann die auch von hier verschrotten. Dann muss ich die überhaupt nicht im Menü verschrotten. Ich habe jetzt tatsächlich beide von diesen Pistolen verschrottet. Das wollte ich eigentlich wirklich nicht. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Und noch dazu hat mir das Spiel zwei Battle Packs geklaut. Und ich habe zwei legendäre bekommen und wollte eins davon verschrotten. Und das Spiel hat mir beide verschrottet. Finde ich nicht nett von dem Spiel. Aber macht ja nichts. Ich werde noch ein paar weitere Battle Facts Packs erspielen. Und dann können wir uns für 900 Schrott mal so eine Kiste kaufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 3, dass wir wieder so eine Arditi bekommen. Aber erst mal spielen, spielen, spielen. Jetzt momentan laufen ja noch die Singleplayer-Folgen. Danach gibt es wieder eine Ladung Multiplayer-Folgen. Und dann wieder Singleplayer. Und so geht es bis in alle Ewigkeit. Also bis zum nächsten Mal dann hoffentlich. Macht's gut. Ciao. Ciao.